Jeder Mensch will erfolgreich sein, sich verbessern, seine Ziele erreichen. Erfolg ist viel leichter und häufiger machbar, wenn man weiß, wie. Und ich bin den Weg von der Pike aufgegangen. Ich habe berühmte Menschen erleben können, mit ihnen reden können, wie sie erfolgreich geworden sind. Und in 13 Kapiteln habe ich eine Mixtur zur Verfügung gestellt, wie ein Menü. Und der eine will sein Zeitverhalten verbessern, der eine will besser Kontakte machen können, ein anderer will besser mit Geld umgehen können. Und diese Wissenssteine habe ich zusammengefügt als ein Wissensmosaik. Und ich hoffe, dass es und bin sicher, dass es den Menschen viel Nutzen bringt. Also ich bin immer wieder auf Kongressen, auf Vorlesungen gefragt worden, kann man das irgendwo nachlesen? Ich habe viele tausende Menschen im Thema Erfolg quasi unterrichtet, ihnen Hilfestellung gegeben. Und ich habe sehr viel selbst erlebt und habe auch die Chance gehabt, mit sehr erfolgreichen Menschen, mit sehr bekannten Persönlichkeiten darüber zu reden und habe immer mehr greifbar erlebt, dass es um bestimmte Mechaniken, fast Gesetze geht, die man anwenden kann. Und dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich das vielen Menschen zur Verfügung stellen. Jeder Mensch definiert Erfolg für sich anders. Der Sportler will natürlich aufs Treppchen, der Arzt will einen guten Heilungsverlauf für seine Patienten, der Student will erfolgreich das Studium absolvieren, der eine will ein paar Kilo abnehmen. Und es geht immer um das Erreichen von Zielen, um das Erfüllen von Wünschen. Und durch meinen eigenen Werdegang, durch das, was ich erlebt habe, ich habe auch viel aus Fehlern gelernt, und was ich an sehr erfolgreichen Menschen erleben durfte, gucken konnte, mit denen darüber diskutieren konnte, habe ich quasi Methoden abgeleitet. Und diese Techniken möchte ich den Lesern zur Verfügung stellen, dass sie vielleicht leichter und schneller ihre persönlichen Wünsche und Ziele erreichen. Wir alle verfügen über ein Vermögen. Und wir alle wollen dieses Vermögen vergrößern. Nämlich das Leistungsvermögen, Kontaktvermögen, Ausdauervermögen, Handlungsvermögen. Einige wollen positiver werden, mutiger, kommunikativer. Und dazu enthält das Buch viele nützliche Tipps. Das war vor allem der Sport. Dort muss man Ausdauer haben, positiv sein, nach vorne gerichtet. Mit Rückschlägen fertig werden. Das hat mich sehr beruflich geprägt und mir auch geholfen, bei Fehlern im Beruf auch wieder den Optimismus einen Tag zu legen, wieder aufzustehen und nach vorne zu gucken. Das ist der Mix. Es gibt tolle Bücher über Zeitmanagement, über Finanzen, über Körpersprache. Und ich bin davon überzeugt, dass es eine Kombination ist. Nur positiv zu sein reicht nicht. Wer mutig ist, braucht auch Ausdauer. Zeitmanagement, bedingt nahezu Zielmanagement. Und wer Kontakte hat, sollte auch kommunizieren können. Dazu meine eigenen Erlebnisse, Beispiele von berühmten Persönlichkeiten. Und diese Vielzahl an Anregungen, die macht das Buch aus. Und anschauen. Und jetzt hier, pelos auctions坑. Und wir Tower Punch. Und dann bei einem Schatzgruppe. Und jetzt haben wiresc olsun. Vielen Dank.